So, immer noch Ostersonntag, zweites Spiel gegen die verbrüderten Castellis. Ja, erste Halbzeit noch 0-0. Spiel um Platz 3. Spiel um Platz 3. Ja, ven! Auf! Kette! Ja! So, jeder, einen! Ja, aber das ist nicht so. Aua! Aua! Jetzt, weiter ab nach Frank. Aua! Aua! Nächste Verfall. Kette! 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 Auf geht's! Auf geht's! Gehen wir! Gehen wir! Jetzt hin! Bumi! Jetzt gehen wir! Super! Gehen wir! Wollt ihr eigentlich keine Karten ziehen, gell? Ja, keine Karten. Da? Wollt ihr ziehen? Protagonista! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, Michi! Auf geht's, Walter! Auf geht's! 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 Jawoll! Vierte Minute, 1-0 durch Michael Renner. Das erste Tor in der ersten Halbzeit. Auf geht's! Walker! Weiter geht's! Ich habe mir SVW. SVW! 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 Sohoja! Na 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 Die Blumenmädchen 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 Svb 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 Ja, wie ein Abseitskabel oder Putsch. Gut, Marios. Gut, gut. Geh wieder, hütt dich. Super. Ah, aus dir. Schau. Hör mal, ich schau raus, wir hören uns dann in der Ruhe. Hör mal, ich schau noch Schuhe. Nein, er putscht schon wieder. Geh mal, geh mal, geh mal. Was machen da zwei auf einem Fleck? Marco. 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 Sechs Minuten noch in der ersten Halbzeit. Fierli, ausgehen! Und Kämmerwege! Peter! 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 Gut! Ja! Ja! Gut! Gut! Rückspiel! Gut! 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 T 흝 T 흝 Das ist es. Wauke! Jetzt sind sie noch aufpassen. Zitzen! 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 Baka! Ja, da stehen drei Mann vor uns und der andere hat den Ball. Zitzen! 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 Sie dividen! Wie planst du sie? Sie gegen 20. Die Kiste ist der model. Das wird auch interessant. 13. Minute, 2-0 für Waka. 14. Minute, 2-0 für Waka. 1. Tor war der Michael mit dem Freistoß und jetzt der Fabian. 15. Minute, 2-0 für Waka. 15. Minute, 2-0 für Waka. 15. Minute, 2-0 für Waka.